Nee, sehe ich, aber ich rieche, ich bleibe nie Schnee, wenn er draußen lebt. Und er hat mir ein Geschenk gegeben. Uns allen. Ja. Voll netter Schnee. Reif. Hier war ich, da hast du den dann die besten Weiseln an den Luftgeher. Den... Akzent. Ach ja, ich habe für alle Synthesien Luftgeher. Kann ich über den Schnee, ich weiß nicht warum, aber vielleicht exiliert dann alles. Schlimm alles. Ja. Oh, really? Wollen wir so nah an die Schleppe fahren, wenn das geht noch? Ja, zwischendurch jetzt, genau ein bisschen. Ja. Aber wenn das Essen trinkt, ich gebe mir das schon wieder ein Camp Test. Ja, das ist das einzige, was ich irgendwie los schicken würde. Und da kannst du nämlich през shorter als schließe. Das ist irgendwie lang. Oh, 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 oh,. Oh, 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 oh. Und die haben das so Weilly gemacht Ja, bei mir auch. Geht's da um Schnee? Ich weiß, ich trinke. Du hast einen Schneemann weg von uns. Ja. Schneemann. Darf ich den Trillern für den Stream? Nicht alle. Wie gesagt, nicht so nah ranliegen. Ich weiß auch nicht, wo der das Auto spawnt. Bleib du drinnen. Ah, okay. Dann mach du. Dann geh ich den Fotos. Und halt gucken. Siehst du das jetzt? Was? Habt ihr die Schüsse gehört? Nein. Wird geschossen von weiter weg. Du hast das gewonnen. Eine Weaponcrate? Ja. Happy New Year. Aber denk dran, er fängt ja an zu brennen. Das hat mich gedamaged jetzt mal. Was Interessantes drin in der Weaponcrate? Ein Fall. Brauchen wir nicht. Wir nicht? Ähm. Ja. Sollen wir die Kiste einladen, weil die Kiste nett ist? Ja. Ja. Okay, ab, ab, ab. Ich will niemals ein. Ah! Hast du gesehen, was da alles drin geswappt ist? Hier kommt ja auch alles. Ja. Ja. Ähm. Mein Trinken ist ja zu rot. Eins auch gleich. Wir müssen unbedingt auf die Airfields und irgendwas abschießen. Da liegen eh immer Leichen. Ich würde jetzt hier bei der Baumwunde nach vorne aussteigen. Das ist okay. Aber ich würde aus der Stadt rechts von uns ein Ural oder so genießen. Ja, ich möchte auch gleich hier irgendwo raus. Durch. So, wir auch noch. Ja. Ich halte jetzt einfach mal aufs Airfield. Dann bist du sofort tot. Wir können noch erst kurz jetzt aufgehen. Einfach erst mal, bis wir das sehen. Ich hab noch 10 trinken mittlerweile. Noch ein Tick und ich fahr einfach um. Das ist total egal. Nein. Bis nicht. Irgendwie hat gesagt, man fällt einfach um. Ja, ist okay. Warum haben wir alle einfach mal so stehen? Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin nicht der Meinung, dass mein Tickstuhl stirbt. Nein. Dann hat sich hier von mir aus schon alles. Ja. Aber gestern nicht, weil ich mich total lebendig war. Das ist ja ververs. Also gestern haben wir nicht von ihr gesehen können, ne? Ne. Jetzt bin ich nur hier in den Busch. Man kippt mir mal die Fire Station. Das sind von hier 900 Metern. Ich kann nicht mehr schießen mit meiner Waffe. Geschweige denn mit dem Hupen, dass er ganz gescheit ist. Die hat ja keinen Zweifel, oder? Ne. Oh Gott, es gibt ja zwei. Der Eimer regnet. Doch, sie hat den zweiten Busch. Ja? Ja. Oh ja, hat sie wirklich. Das ist ja richtig klar. Ich geh vorne blieb da. Hangars sehen alle leer aus. Dann hab ich auch noch ein bisschen mehr linke Seite vom Airfield in Sicht. Im Hangar ganz rechts ist ein Bunker. Das ist die zweite Stufe, ja. Am besten hätte ich halt gerne irgendeine Ruhe hinter mir, wo ich meine Waffen reinlegen kann, hinstürmen, essen und trinken holen und wieder zurückstürmen. Ja, ich hätte auch. Du hast doch ein ATV. Und die Truhe liegt beim Schneebahn. Ja, das ATV ist aber laut. Nein, da kannst du die Waffe reinlegen. Ja, aber ich muss ja erstmal da hinfahren. Gut, du könntest 800 Meter laufen. Und dann zurückfahren. Ach, Sascha bringt uns bestimmt... Das ist der Mainplan. Habt ihr alles im Blick? Die andere Frage? Ich hab nicht im Blick und deine Hangars um dich rum. Die Feuerstation wird interessant und der... der Stuk scheiß. Die Feuerstation kann ich nicht so gut sehen, ehrlich gesagt. Ich kann das Dach sehen, aber... Hier sind zwei Busse, aber... in Bussen ist nie was drin, oder? auf unserer position die spezial was war denn das hier irgendwo ich glaube hier irgendwo bei mehreren bäumen das weiß ich ich das ding auf 800 0 und jetzt ich bin das kann ich nicht fressen jungs da lagst du ja hier könnte ich eigentlich gelegen haben so ungefähr ich habe ich halt rechte seite vom airfield linke seite vom airfield noch ein bisschen mehr ansicht also ich kann in alle hangars reingucken ich kann die fire station sehen ich kann in tower sehen aber ich kann nicht sehen was rechts vom rechten hangar abgeht da kann ich nicht gesehen das müsst ihr übernehmen ja du hast gesagt es gibt noch ein objekt was man benutzen kann ja so eine wasser so ein blaues wasserring also eine tonne ach so ja das weiß ich ne irgendwo ein shop in der irgendwie existiert essen kaufen kann man irgendwo general stores genau was ist das das sind einfach die supermärkte also also er kann denjenigen kann sagen jam jam ja die funktionieren nicht in jeder stadt die gibt es nur in einigen zum beispiel starrisopo ist ein format ah ok ich weiß nicht wo sonst noch etwas ist jetzt ist mein essen auch 20 eh mein trinken ich bin ich habe nicht mehr also ich bin das ist nicht nur Fertig mich noch? Warte nicht, nein. Du kannst hier im Stream gucken, damit ich... Ich sehe das, wo du leuchst. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war der Baum, wo ich drinne stand. Ja? Ich weiß nicht, kann gut sein. Der perfekte ist nicht alles. Du standst eigentlich zwischen zwei Bäumen, mein ich. Ja, weil ich auch der Meinung bin. Also das hier ist nicht exakt meine Position, weil ich hab sogar durch das Gitter noch durchgeguckt. Also ich war noch ein Stückchen weiter unten. Nicht mal ein Stückchen weiter oben. Obwohl... Hat jemand noch Trinken im Inventar? Ich hab einen Trinken. Sagst du das nicht? Ich hab noch zehn. Dann wollen wir auch losen. Achso. Ja gut, aber das bringt nichts, wenn Sascha stirbt. Ja, ja. Stimmt mal. Ich hab hier auch keine Leichen liegen. Ne, hier ist irgendwie nichts. Da war einer! Wo? Ich hab noch geschossen. Oh, du bist tot. Du hast ihn geschossen. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, dann hast du jetzt Trinken. Wahrscheinlich. Und? Hat er gedroppt? Er hatte eine M8 Holo SD. Trinken. Erst trinken. Relevante Sache. Erst trinken, looten, trinken. Ja, ich hab Trinken und Essen gelootet. Ich such mir jetzt ein Vehikel und mach mich auf dem Rückweg. Der hatte wahrscheinlich eh einen Freund. Vielleicht direkt zu euch fahren? Ja, Emi hat auch einen Notstand, ne? Ja, wenn du was hast, würde ich es nehmen. Seht ihr mich optisch? Ich kann dich nicht sehen. Da hinten hab ich schlechte Sicht hin. Da ist das böse Gebiet. Ich denke, die Bäume sind vielleicht auch nicht immer gleich. Ganz ehrlich. Als wir bei der Stadt waren, ja? Bei Linken Gun Shop. Da haben wir lange gecampt. Und wir waren noch zweimal da. Und ich hatte definitiv einen anderen Baum, wo ich gesessen hab. Das schwör ich dir. Entweder ist der abgehackt worden. Oder ist nicht sonst immer da. Aber... Ich hatte eine andere Sicht. Vielleicht ist die Baumform... Vielleicht ist das irgendwie... Random, ne? Was da für eine Art von Baum? Ja, das kann sein. Weil ich hab hinter so einem breiten Baum gesessen. Wo ich halt komplett gedeckt war. Und da... Der war nicht da. Da musste ich hinter den anderen und hatte definitiv eine andere Sicht. Wo mir ein Baum plötzlich die Straße versperrt hat. Die ich definitiv clean sehen konnte vorher. Also... Ich kann mir vorstellen, dass Bäume eventuell wie Max sagt, dass da einfach random einer von fünf Bäumen steht. Oder was weiß ich. Position mag ja stimmen, aber da war dann halt ein dünner Baum. Ja, ich würd sogar soweit gehen und sagen, das ist ein Baumgebiet. Und dann spawnen da Bäume. Random. Wirklich. Baumgebiet. A.K.A. Wald. Ein Baumgebiet. Nein, Baumgebiet. Ich fahre jetzt. Ja. 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 Ich fahre jetzt irgendwas gelänge damit. Ich fahre jetzt so zu spät. Oh my god, Cruyff. Ich wär' nicht sogar sicher! Ich arbeite dran. Sascha, wenn du gleich wieder so einen Kreisbunker haben willst, der ist dann ganz... Ja, habe ich schon gesehen, aber ich wusste nicht, ob da jemand hinter war, deswegen habe ich mir die Mühe nicht gemacht, hinzugehen. Jetzt habe ich erst mit trinken und versorgt sich mit trinken. Das ist Alpha-Plan. Danach geht's weiter. Wie soll ich auf euch zufahren, damit ihr glücklich seid? Ich weiß nicht, was mir da drin ist. Das Blue Guard. Ich bin vom Gesügel her, hier. Trinken. Da kommt das Niva-Monten. Hier auf Bahn. Alles mit Poppen.